Großen Applaus bitte nochmals an euch und... Also wir haben uns null Gedanken gemacht, ganz ehrlich, weil wir gesagt haben, jetzt lassen wir auf uns zukommen, wahrscheinlich sind wir am besten 24 und dann ist Schluss. Wir haben die letzten Jahre unser Vereinsheim saniert, komplett, das hat uns an Eigenleistung 32.000 Euro gekostet, dementsprechend ist die Vereinsklasse ein bisschen leer. Wir haben heute auch noch improvisieren müssen, dass wir ein paar T-Shirts zumindest organisieren, weil wir eben die letzten Jahre an Vereinskleidung, an Ausrüstung, Spardarm genau geöffnet haben. Wir haben alle zwei Jahre ein Zirkuszelt stehen, das kostet natürlich alles und deswegen können wir das Geld gut brauchen und vor allem haben wir kein Zuhause, also wir haben keinen Raum für uns, für unsere Kinder und da wollen wir reingehen. Ich habe da viele Freieninnen kennenlernen und es muss einfach viel Spaß geben. Es ist mir danke. Vielen, vielen Dank. Woher sind wir euch das Video getreten? Ziemlich weiter.